Herzlich Willkommen zum neuen Orakel hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du dabei bist. Heute lege ich direkt los mit einer Botschaft für die kommenden 72 Stunden. Aber bevor ich mit dem Linnemont-Kartendeck loslege, werde ich erstmal die Weißwitzkarten mischen und ein allgemeines Thema ziehen. So, einmal richtig durchmischen. Und dann schaue ich mal, liebes Universum, was darf ich hier heute sagen? Eine Botschaft bitte für meine Abonnenten. Die Karte flexibel. Und eine weitere bitte noch. Die hier. Der Seelengefährte. Wow, wunderschön. So viele Karten in diesem Kartendeck und immer wieder die ähnlichen Karten. Das ist doch wirklich interessant. Ja, also flexibel und der Seelenpartner. Vielleicht muss dein Seelenpartner momentan eine sehr flexible Haltung einnehmen und ist daher sehr eingespannt in Job und Alltag, Familie. Man sieht es hier auf dieser Karte so gut. Die Person auf der Karte ist wirklich, na, eigentlich gut durchtrainiert. Aber auch muss er oder sie, ich kann es jetzt nicht erkennen, muss auch gucken, ja doch, sieht aus wie eine Frau. Aber auf jeden Fall muss man hier auch ein wenig flexibel sein und man muss sich ein wenig biegen können. Und vielleicht ist man dadurch zu sehr eingespannt, aber vielleicht ist es auch wichtig, mal eine andere Haltung einzunehmen, um auch hier eine Verbindung genauer anzuschauen. Denn hier ist eine liebevolle Verbindung für dich als auch für deinen Herzmenschen. Und dann möchte ich direkt mal nachfragen, was darf ich denn dazu wissen? Was passiert? Was kommt in den nächsten 72 Stunden auf uns zu? Was passiert hier? Wir haben drei wunderschöne Karten. Die gefallen sind erstmal der Brunnen, der Ring und die Lilien. Ja, Anziehungskraft pur, auf jeden Fall eine stabile und starke, sehr, sehr tiefe Verbindung. Kommt hier zum Vorschein. Vielleicht kommt es erneut zum Kontakt. Ich fach mal weiter nach. Danke schön. Was passiert hier innerhalb der nächsten 72 Stunden? Es passiert hier am Ende eine Neuausrichtung. Und was habe ich hier? Die Mäuse, das Buch und die Eulen. Also irgendein Thema, was belastet, was man vielleicht auch noch nicht hundertprozentig aussprechen kann. Es kann hier ein Elterenthema sein. Es sind Ängste, vielleicht diese Angst auch des Verlusts. Die Angst des Verlusts ja von deinem Gegenüber. Es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Und das sehe ich auch hier an der Kartenunterseite. Aber man wird es alles neu ausrichten. Denn man nimmt ja auf jeden Fall diese starke Verbindung wahr. Hier an der Unterseite haben wir den Bär. Es könnte hier ein Ex-Partner sein. Aber hier vor allem der Seelenpartner, der auch dich hier direkt anschaut. Und dieser möchte hier auf jeden Fall noch mehr in deine Richtung agieren. Aber irgendwelche Ängste blockieren ihn. Da möchte ich gerade mal mit einem anderen Kartendeck nachfragen. Ja, ich nehme jetzt das Kartendeck als Klärung. Was sind das für Ängste? Was sind das für Ängste, die jetzt hier bearbeitet werden? Ich kann da nur zu sagen, okay, wahrscheinlich habe ich genau diese Ängste auch bereits schon genannt. Die Verlustängste, die Ängste oder auch die Themen, die hier im familiären Bereich sind. Diese gehen hier raus. Diese werden bereinigt. Doppelte Bestätigung auch hier nochmal mit den Mäusen. Die bestärken natürlich auch, dass hier Geheimnisse rausgehen werden. Es findet hier eine Bereinigung statt. Und auch du... Okay, wow, das ist sehr interessant. Wir haben hier erneut die Dame und den Bär. Also dementsprechend hat es hier tatsächlich mit der Kraft zu tun. Aber auch mit dem Willen, wieder aufeinander zuzukommen. Hier muss jemand erstmal wieder in die Kraft kommen. Und ich habe das Gefühl, innerhalb dieser 72 Stunden findet hier eine neue Ausrichtung statt. Und das sehe ich hier. Ein positiver Wind für diese wunderschöne Verbindung. Ja, da möchte ich doch glatt mal nachfragen, was denn da für eine Herzbotschaft noch auf uns wartet. Eine Herzbotschaft vom Seelenpartner. Da haben wir doch die Karte eine Verwandlung. Ja, die Verwandlung steht an. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Diese Verbindung, nehme ich hier wahr, ist schon sehr tief und sehr intensiv. Und vor allem hier nochmal die Bestätigung mit den beiden Kartensets an der Unterseite. Wir haben hier eine tiefe Verbindung. Wir haben hier eine Seelenpartnerschaft, wo jetzt auf jeden Fall innerhalb dieser kurzen Zeit endlich mal, ich habe das Gefühl, wirklich endlich mal irgendwelche Herausforderungen, Geheimnisse und Ängste herausgehen, dass man endlich bereit ist, auch daran zu arbeiten und dann wieder auch in Kommunikation kommt. Ja, an der Unterseite sehe ich hier auch nochmal als Bestätigung die romantische Liebe. Natürlich. Ja, ich möchte zum Schluss einmal noch ganz kurz die beiden Karten vorlesen, die hier gefallen sind. Da stehen nämlich wunderschöne Sprüche drauf. Ja, ein paar kleine Reime. Ja, also wenn momentan eine Trennung da ist, wird diese nicht lange dauern. Denn ich sehe, die Neuausrichtung kommt, man möchte wieder in den Kontakt kommen. Und ich glaube, deinem Gegenüber wird jetzt auch nach und nach bewusst, das hier ist eine intensive und starke Anziehungskraft. Nur passe du auch auf, ich sehe das hier als kleine Warnung. Du suchst den Streit mit mir. Mit der Rute drohe ich dir. Die Rute Energie entzweit. Kein Frieden ist hier weit und breit. Eine kleine Warnung. Achte da drauf. Auch wenn er sich jetzt gerade im Rückzug befindet. Ja, vielleicht hat er momentan tatsächlich auch Ärger im Haus. Ärger mit der Familie. Hier sehe ich ein Elterenthema. Wichtig ist dabei, der Streit geht hier auch vorbei. Wenn ihr tatsächlich auch Streit hattet, geht dieser raus. Achte du da drauf auf deine Worte. Wähle weise Worte. Denn hier ist immer noch Liebe im Spiel. Und vor allem spüre auch du diese tiefe Liebe zueinander und nicht den Wut. Strahle jetzt mehr Liebe aus. Und glaube an diese tiefe, wirklich einzigartige Seelenpartnerschaft. Die Beziehung wird nun in den nächsten 72 Stunden intensiver. Und ich habe hier auch das Gefühl, du wirst diese Verbindung auch wieder mehr spüren. Ein neuer Fokus, vielleicht auch einmal ein Perspektivwechsel von deinem Gegenüber in deine Situation kommt hier jetzt auf dich zu. Und Probleme, Ängste, Streitereien lösen sich jetzt mit Sicherheit auf. Und es kommt jetzt wieder zum tiefen, harmonischen und vielleicht sogar tatsächlich sehr, sehr leidenschaftlichen Kontakt. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles, alles Liebe und melde dich gerne, wenn ich etwas für dich tun kann. Lasse gerne auch ein Like da. Und wenn du auch nichts weiter verpassen möchtest, lasse gerne ein Abo da. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis morgen.